Hallo liebe Bitbull Trader und natürlich ein herzliches Willkommen auch an all diejenigen, die das noch werben möchten. Bitcoin tradet bei 74.850 US-Dollar. Wir haben gestern wieder ein neues All-Time-High gemacht. Jetzt stellt sich natürlich hier jeder die Frage, wie geht es bei Bitcoin weiter? Wo kann man neue Positionen eröffnen? Wie sieht es mit der Liquidität aus? Und vor allem natürlich, was ist denn heute noch geplant? Kommen heute irgendwelche wichtigen Wirtschafts-News rein? Und ja, heute ist wieder unser fett Zinsentscheid. Des Weiteren schauen wir uns an, was gestern in die Spot-ETFs wieder geflossen ist. Und da ist wirklich einiges wieder reingegangen. Dann müssen wir uns heute noch wichtige Informationen anschauen. Nämlich einmal über die Liquidität unter uns kommt nämlich verdammt viel rein. Bis knappe 71.500 Dollar ist da unten auf jeden Fall einmal alles voll. Und wir müssen uns heute dann auch nochmal wichtige Informationen zu unserem High-Block anschauen, wie du hier ganz gut erkennen kannst. Und wie du siehst, Donald Trump ist Präsident der Vereinigten Staaten. Was das für uns jetzt bedeutet, ob das positiv, negativ ist oder ob wir jetzt wirklich eine absolute Rallye in den nächsten zwei bis drei Monaten erwarten können, all das erfährst du in diesem Video. Und wir schauen uns natürlich heute auch in TradingView ganz genau an, was jetzt Bitcoin machen muss, dass du wieder eine neue Position aufmachen kannst. Weil ich glaube, viele von euch da draußen haben nämlich genau diese Bewegung hier nach oben verpasst, weil sie gedacht haben, der Kurs geht noch etwas nach unten. Das schauen wir uns alles an. Ich hoffe, du hast Bock auf dieses Video. Wir gehen direkt rein. Let's go. Eins erstmal vorneweg. Leute, da draußen, es herrscht FOMO ohne Ende. Was heißt FOMO? Die Angst, etwas zu verpassen. Ja, also Fear of Missing Out. Also die Angst, etwas zu verpassen. Jetzt ist es einmal so, wichtig, auch in dem letzten Bullenmarkt, den Bitcoin gehabt hat, war es immer so, dass wir auch da Korrekturphasen gehabt haben. Teilweise von 10%, 15%. Das ist völlig normal. Liquidation weeks nach unten, die dann sehr schnell wieder aufgekauft worden sind. Ja, habt einfach jetzt Geduld. Verfallt nicht in diesen Trott jetzt hier rein. So von wegen, ja jetzt hier oben, da muss ich jetzt die Position aufmachen. Sehr viele Leute haben mich gefragt. Genau hier in diesem Bereich. Ja, passt, ich kann mir jetzt long gehen. Das ballert ja richtig krass nach oben durch. Ja, und dann gab es einfach mal kurz eine Korrektur wieder von 76,5 runter auf 74,5. Ja, also mal kurz 2000 US-Dollar gefallen. Und solche Korrekturphasen musst du natürlich dann perfekt für dich nutzen. Für mich ist es wichtig, dass du hier komplette Transparenz bekommst, wie es mit meinen Positionen aussieht. Also meine Bitcoin-Position knapp 8600 Dollar im Profit und meine Solana-Position auch mit knapp 16000 Dollar im Profit. Und komplett transparent, ich habe nichts hier vor dir zu verheimlichen. Das bedeutet, für mich ist es einfach wichtig, dass du auf diesem Kanal alle Informationen mitbekommst, die einfach wichtig sind. Ja, und deshalb zeige ich dir 1 zu 1 auf, was ich auch machen werde, ja, wie ich das Ganze handhabe. Und ich werde dir dann auch ganz genau zeigen, was ich mir dieser Bitcoin-Position vorhabe. Das schauen wir uns dann aber später in TradingView gemeinsam auf jeden Fall nochmal im Detail an. Also hier läuft alles nach Plan, das läuft ganz gut. Insgesamt 25.000 Dollar im Profit bleibt jetzt erstmal alles so, wie es ist, weil Bitcoin einfach sich sehr, sehr gut stabilisiert. Dann gehen wir noch rein, schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass mehr Volumen reinkommt, also mehr gekauft wird. Aber, und jetzt Achtung, und jetzt schaut mal, was passiert. Und jetzt wird es nämlich interessant. Denn vorher haben die ganzen anderen Spot-IDFs, ich rede jetzt nicht von BlackRock, BlackRock, blenden wir jetzt mal auf, haben die ganzen Spot-IDFs immer, ja, kurz vorm All-Time-High verkauft oder auch ein bisschen weiter unten bei 70.000 verkauft, bei 68.000 verkauft, bei 65.000 Dollar verkauft. Immer verkauft, 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 verkauft. So, wer hat eingekauft, wie blöd, bis zu unserem All-Time-High, BlackRock? Wer verkauft seit unserem All-Time-High? Richtig, BlackRock. Wer kauft jetzt aber wieder ein bei unserem All-Time-High? Die anderen Spot-IDFs. Also, jetzt kann man natürlich sagen, BlackRock ist richtig smart unterwegs. Die haben alles richtig gemacht, haben sich hier die Taschen richtig voll gemacht. Und jetzt wird hier langsam aber stetig immer so ein bisschen verkauft. Ja, vorgestern waren es hier 44 Millionen, jetzt waren es 69,1 Millionen. Ja, und die anderen Spot-IDFs, die kaufen einen jetzt wie bekloppt, weil sie davor diesen Zug verpasst haben. Das ist auch das, weshalb du auch jedes Mal dieses Video jetzt anschauen solltest. Denn, Leute, das ist jetzt die Zeit, wo ihr auf jeden Fall am Start sein müsst. Das sind jetzt drei, vier Monate, die ihr investieren müsst, um jetzt hier wirklich life-changing Money zu machen. Und ich sage es wirklich, wie es ist, weil es ist nämlich jetzt so, auch die Altcoins ziehen mit, auch die ganzen Meme-Coins ziehen mit. Wenn Bitcoin weiter hochgeht, Richtung 80, 90.000 Dollar, glaubt ihr, dass Solana da unten rumeiert, wo er gerade ist, bei knappen 280, 270 Dollar? Nein, auch Solana wird sich höchstwahrscheinlich 300, 400, wenn es sogar best case, auf 500 Dollar ansteigen. Auch die anderen Altcoins werden aus ihrem Boden kommen, werden nach oben hin ansteigen und werden mitgezogen werden. Das heißt, jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, um euch darüber zu informieren. Eins vorneweg. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Und Leute, das gestrige Update-Video hat 25.800 Klicks erreicht, 2.779 Likes. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung, für deinen Support. Auch heute hast du wieder die Möglichkeit, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren. Tausch dich auch gerne unten aus mit den anderen Tradern in den Kommentaren. Dafür sind die Kommentare da. Und lass doch auf jeden Fall mal ein Like da. Somit unterstützt du dieses Video und natürlich diesen Kanal, ohne dafür bezahlen zu müssen. Und somit pushen wir etwas den Algorithmus. Deshalb danke für deine und eure Unterstützung. Und wenn du natürlich jetzt hier neu bist und sagst, hey, dir gefällt dieser Content, dir gefällt dieser Kanal, du möchtest gerne hier mit am Start sein, kannst du das gerne tun. Kostenlos abonnieren kostete ja auch nichts. In diesem Sinne herzlich willkommen in der Community. Jetzt gehen wir aber weiter. Schauen uns jetzt wichtige Informationen an. Und zwar, wie sieht es denn jetzt aus mit unseren Wahlen? Also, Donald Trump hat das Ding ganz klar gewonnen. 295 Stimmen. Da werden sogar noch zwei Starten ausgezählt. Also, wie du aber hier sehen kannst, der Drops ist gelutscht. Donald Trump ist Präsident. Deshalb hat auch der Markt sehr stark reagiert. Auch der traditionelle Markt, nämlich der Nasdaq, hat gestern auch ein All-Time-High gemacht. So, wie wir das auch erwartet hatten. Und jetzt muss man natürlich gucken, ob die Rallye weitergeht oder nicht. Ja, jetzt werden wir sehen, wie das Ganze dann hier vonstatten geht, wie das Ganze jetzt hier dann aussieht. Aber für uns, für uns Trader, für die Kryptobranche ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Sieg. Für uns, das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Jetzt gehen wir noch rein. Schauen Sie uns das Ganze mal in der Liquidität an. Und jetzt wird die Sache wieder richtig spannend. Durch die kleineren Konsolidierungsphasen als auch die kleineren Korrekturen, die jetzt immer wieder reinkommen, wie zum Beispiel hier oder dann auch hier, sehen wir, dass über uns auch wieder verdammt viel reinkommt. Nämlich jetzt bei 76.500 geht das los bis 78.000 Dollar kommt ein richtig großer Block. Durch den Anstieg kommt natürlich unter uns auch was rein. Also im Moment ist es so, es ist eigentlich 50-50. Jetzt aber wichtig, im anderen Bullenmarkt vor vier Jahren war diese Situation ähnlich. Da hat man nämlich auch so etwas gesehen, dass unter uns zwar Liquidität reingekommen ist, diese dann aber relativ selten wieder getriggert worden ist, sondern nur dann ab und zu mal mit solchen Liquidation Wicks nach unten, dass man hier kurz reinkommt und dann instant wieder aufgekauft wird. Ja, das heißt dann auch damals hat es dann immer geheißen Buy the Dip. Ja, also kaufe das Tief, kaufe den Dip. Und jetzt ist es so, weil über uns auch immer wieder was reinkommt, sind auch die Positionen weiterhin verdammt ausgeglichen. Das heißt, im Moment Short- und Long-Positionen, schaut euch nur die Funding-Fees an, die sind komplett auf einem humanen Niveau. Immer gleichbleibend. Und das zeigt einfach, dass die Short- und die Long-Positionen im Moment 50-50 im Markt drin sind. Viele versuchen natürlich jetzt genau hier immer wieder das All-Time-High zu shorten und denken, okay, das war jetzt unser All-Time-High, jetzt fallen wir runter auf 60.000 US-Dollar, den Short nehme ich mit. Kommt von diesem Gedanke weg. Der Bullenmarkt hat jetzt erst gerade richtig begonnen. Das heißt, sieben bis acht Wochen erwarte ich jetzt hier für Bitcoin eine wirklich absolut gute und tolle Rallye, wo jeder hier richtig gut was mitnehmen kann. Aber wenn du normaler Trader bist und anfängst mit dem Traden, lass die Finger weg von Short-Positionen. Du verbrennst dich sonst. Wenn du natürlich Scalper bist, Ninja-Scalper oder was weiß ich was und Erfahrung hast, dann ist die Volatilität, die im Moment hier natürlich herrscht, absolut genial. Keine Frage. Aber für Anfänger, die zum Beispiel den Trade ein bisschen länger offen halten, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, schau, dass du jetzt in den Markt kommst. Schau, dass du jetzt Positionen dann aufbaust bei gewissen Rücksetzern. Das schauen wir uns nämlich dann auch gleich nochmal in Tradingview ganz genau an. Dann gehen wir rein ins Open Interest. Und Leute, ich muss euch jetzt ein was sagen. Das Open Interest hat absolut zugelegt. Und zwar sind wir seit dem 6.11., also seit gestern, von 70 Billionen, also 70 Milliarden hoch auf 81 Milliarden. Das heißt, eine Zugewinnung von 11 Milliarden US-Dollar bei uns im Open Interest. Was bedeutet das? Das Open Interest zeigt uns ganz genau an, wie viele Long- und Short-Positionen in dem Markt drin sind. Also gehebelte Produkte, sei es 10x, 20x, 50x, 100x und so weiter und so fort. Was wir eigentlich nicht sehen wollen, ist, dass das Open Interest so stark ansteigt, weil dann müssen wir davon ausgehen, dass wir irgendwann genau diesen Liquidation wegkriegen, was ich dir gerade eben gesagt habe, um wieder frisches, neues Geld in den Markt reinzuholen und um den Markt dann natürlich ein bisschen abzukühlen. Eins sei euch aber gesagt, und viele sagen, boah, das ist ja jetzt aber richtig krass. Ja, ist es. Allerdings, und jetzt aufpassen, ist es nämlich so, auch schon mal in der Vergangenheit gewesen, dass wir hier verdammt stark angestiegen sind. Und diese Rallye hat sich fortgesetzt vom, was war das hier, 5.2., also vom 5. Februar bis hoch zum 15. März. Das heißt, einen guten Monat ist unser Open Interest die ganze Zeit angestiegen, bis es dann erst mal zu einer kleineren Korrektur kam. Also beim Open Interest, das auf jeden Fall im Auge behalten. Dann heute wichtige Wirtschaftsdaten. Wir werden heute auch einen Livestream machen, heute Abend zu unserem Fett Zinsentscheid. Der kommt heute auch rein. Also ihr seht, diese Woche ist gnadenlos vollgepackt mit wichtigen Infos. Das heißt, 19 Uhr deutscher Zeit ist Zinsentscheid. Die Prognose sind 4,75%, also eine Reduzierung von 0,25%. Und um 20.30 Uhr haben wir dann nochmal die Pressekonferenz. Ich werde das komplett für euch live streamen. Also wenn ihr Bock habt, schaut gerne rein. Ich werde wahrscheinlich gegen 18.30 Uhr für euch online sein. Also wenn ihr da Bock drauf habt, zieht es euch gerne rein. Ich bin hier live auf YouTube für euch am Start. Und dann werden wir ganz genau sehen, ob nochmal Volatilität reinkommt in den Markt. oder dementsprechend nicht. Dann noch eine kleine Information. Und Leute, wir haben noch 20 Plätze frei. Das heißt, wenn ihr Bock habt, bei der Trading Competition jetzt hier noch mitzumachen, wenn ihr eh bei Femmex tradet, dann macht das gerne. Meldet euch an. Link ist unten in der Videobeschreibung. Ihr habt jetzt nur noch 16 Stunden Zeit, um hier auf den Join Now Button zu klicken. Es gibt richtig geile Preisgelder. Ja, 10.000 US-Dollar. Wir brauchen jetzt noch 20 Leute, damit wir die 500 Leute knacken, damit es an die Community 10.000 Dollar an Preisgelder rausgeht. Also gebt da auf jeden Fall nochmal Gas. Ihr könnt da auf jeden Fall rein joinen. Link unten in der Videobeschreibung. Und da gibt es dann sozusagen, wenn ihr eh tradet, noch 10.000 Dollar on top. Also wie geil ist das denn? Checkt das auf jeden Fall gerne mal aus. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall rein Richtung aktuellen Chart. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal bei Tradingview an. Die Altcoins performen natürlich sehr, sehr gut. Sie erholen sich jetzt auch langsam, werden natürlich durch den Hype jetzt mitgezogen. Ganz klar. Wir schauen uns jetzt in Tradingview an, was jetzt wichtig wird, wo du neue Positionen aufmachen kannst und vor allem, wann werde ich mit meiner Position wieder einsteigen und nachkaufen. Das zeige ich dir nämlich genau jetzt. Und deshalb legen wir direkt los. Wir switchen rüber. Let's go. So, dann würde ich sagen, starten wir mal rein. Wir sind hier auf den 15-Minuten-Chart. Unser All-Time-High liegt jetzt genau bei 76.400 US-Dollar. Aber wie du ganz gut erkennen kannst, warten wir ja hier uns dann das gestern auch nochmal eingezeichnet. Wir hatten dann hier eine Konsolidierungsphase, ein schönes kleines symmetrisches Dreieck, was dann auch wieder nach oben hin ausgebrochen ist. Preisziel zu dementsprechend auch fast erreicht gewesen. Und seitdem gibt es jetzt erstmal wieder eine kleine Korrekturphase, was völlig normal ist. Und jetzt schau dir das an. Diese kleine Korrekturphase ist einfach mal kurz 2.000 Dollar groß. Und jetzt wird es halt interessant, wenn wir nämlich jetzt hier weiter konsolidieren. Denn erstens, wir machen weiter immer wieder höhere Hochs. Ja, die ganze Zeit. Das bedeutet, auch da ist es im Moment so, dass wir einfach davon ausgehen können, dass wir auch hier wieder ein höheres Hoch machen. Die Frage ist nur, wann kommt dann mal so eine kleinere Korrektur rein, runter auf die wichtigen 4 Stunden IMAs. Das schauen wir uns dann aber gleich dann nochmal im Detail an. Worauf ich heute jetzt hinaus will und darauf achten würde, falls du jetzt zum Beispiel ein kleiner Daytrader bist, was passiert, wenn wir jetzt hier nochmal abgelehnt werden, hier nochmal runter gehen und dann nach oben gehen. Dann würden wir hier einen wunderschönen doppelten Boden reinbekommen. Und das nach einer kleineren Korrekturphase. Nämlich, du kommst von einem Abwärtstrend, bekommst hier einen schönen kleinen doppelten Boden rein und gehst dann nach oben durch. Was halt immer sehr spannend ist, wenn dieser doppelte Boden eigentlich vor oder nach unseren IMAs kommt. Das heißt, wir haben hier die IMAs nicht angelaufen. Es kommt hier schon der Support rein und testen jetzt gerade im Moment den 50er IMA. Sollten wir hier nochmal unten reinkommen, kann man das natürlich wunderbar traden mit knappem Risk Management, ganz, ganz kleines Risk Management verwenden. Ja, wichtig ist immer, dass ihr einen SL setzt. Risk Management ist bei sowas auch in einem Bullenmarkt absolut notwendig und vor allem auch wichtig. Deshalb setzt es immer einen Stop Loss. Und wenn ihr sowas dann hier tradet, sowieso ganz knappen Stop Loss setzen, dass ihr auch nicht viel verliert. Aber die Möglichkeit, ja, auch die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass das dann aufgeht und dass wir hier wieder nach oben durchgehen, ist halt im Moment sehr, sehr, sehr hoch. Deshalb sowas würde ich auf jeden Fall beachten. Sollten wir jetzt den 50er IMA nach oben hindurch brechen, geht es ganz schnell wieder aufs Daily Open. Und vor allem Leute, was fällt euch auf? Richtig, WIG Nummer 1 und hier einen WIG Nummer 2. Sehr, sehr groß. Das heißt, hier in diesem Bereich liegen wieder verdammt viele Shop Positionen drin. Nämlich genau das, was du auch in unserer Liquidation Heatmap gesehen hast. Hier liegt wieder verdammt viel drin. Auch hier durch diesen großen WIG sind sehr viele Verkäufer reingekommen. Das wissen halt jetzt auch wieder die Market Maker. Okay. So, was heißt das? Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass wir heute oder spätestens morgen hier oben nochmal reinlaufen, ist wirklich sehr, sehr hoch. Und man darf jetzt sich auch nicht verrückt machen lassen, wenn hier so eine kleine Korrekturphase runterkommt auf gewisse wichtige Levels. Darf man sich nicht verrückt machen lassen. Das ist nicht das Anzeichen und nicht das Zeichen dafür, dass das unser Bullmark top gewesen ist und wir jetzt hier nochmal nach unten fallen. Was mache ich jetzt mit meiner Position? Mit meiner Position möchte ich eigentlich folgendes machen. Und zwar, die Position, die du am Anfang gesehen hast, die Bitcoin Position, möchte ich zu einem Day Trade umfunktionieren. Warum? Ganz einfach. Die Position ist nur noch 80.000 Dollar groß. Das bedeutet, ich möchte die Position auf jeden Fall ja auf 1, 2, 3 Millionen Dollar wieder nach oben bringen. So, das Problem ist, wenn ich jetzt rein compounde, verschiebt sich mein Einstieg, den ich unten habe, eigentlich relativ sicher und sehr, sehr knapp an den aktuellen Kurs. So, worauf muss ich also warten? Ich muss darauf warten, dass Bitcoin ein Bullishes Reversal formt, wie zum Beispiel sowas hier, damit ich so einen schönen Day Trade mitnehmen kann, mit 2, 3 Millionen US-Dollar, schön hier oben rein und dann kannst du ungefähr 20.000 bis 30.000 Dollar an Profit mitnehmen und dann wird das Ding auch wieder raus skaliert und dementsprechend geschlossen. Das ist mein Plan für meine Position. Wenn das jetzt hier nicht stattfinden sollte, werde ich darauf warten, was auf unserem 4-Stunden-Chart passiert. Denn die Vergangenheit hat immer im Bullenmarkt gezeigt, dass Bitcoin sehr, sehr gerne auf dem 4-Stunden-Chart wieder zurückkehrt auf wichtige EMAs. Und Stand jetzt sind wir nur auf dem 5er EMA. Der 13er zieht langsam mit, der 20er zieht langsam mit. Sollte das jetzt passieren und im Moment sieht es danach aus, als würden wir genau hier in dieser Zone erstmal wieder etwas verweilen auf dem 4-Stunden-Chart, gehe ich davon aus, dass Bitcoin auf jeden Fall nochmal irgendwann den 50er EMA und den 20er EMA antestet auf unserem 4-Stunden-Chart. Sollte das sein, werde ich natürlich ganz genau darauf achten, was passiert dann innerhalb dieser 4 Stunden. Also kommt dann genau hier unten bei unserem wichtigen Support-Level dann auch Support rein. Ja, sehen wir eine kleine Konsolidierungsphase und dann werde ich diese Position massiv nach oben schrauben, weil dann können wir davon ausgehen, dass wir sogar diesen Trade ungefähr 2-3 Tage offen lassen können, um wieder ein sehr starkes Run-Up nach oben hin mitzunehmen. Also ihr seht völlige Transparenz, das ist das, was ich mit meinem Trade im Moment vorhabe und dementsprechend aber auch dann hier plane. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal an, wie sieht es nämlich jetzt aus? Und zwar gehen wir mal hier rein in unser Open Interest. Das Open Interest haben wir uns gerade auch schon angeschaut, gesamtheitlich. Hier sehen wir das Ganze nochmal bei Binance. Guckt euch das Ganze mal an. Richtig heftig. Wir sind bei Binance hier angestiegen. Seit gestern um knapp 1,2 Milliarden Dollar innerhalb eines Tages. Also absolut vorsichtig sein, immer und jetzt Achtung, wenn wir so einen krassen Anstieg hatten, wie zum Beispiel auch hier, hier in dieser Situation, hier sieht man es nochmal ganz gut, da, zack, starken Anstieg gehabt, was ist passiert? Runtergedippt. Hier starken Anstieg gehabt, was passiert? Runtergedippt. Hier starken Anstieg gehabt, was passiert? Runtergedippt. Also, das bedeutet, ich rechne eigentlich in den nächsten zwei bis drei Tagen damit, dass dieses Open Interest wieder sehr, sehr stark und natürlich heftig dann auch wieder abgebaut werden kann. Also, bei sowas immer sehr vorsichtig sein. Wir sind hier auf dem 1-Stunden-Chart. Das kann auf jeden Fall dann passieren, dass wir jetzt noch ein bisschen nach oben gehen, vielleicht dann hier ein kleines Double-Top lösen, dann hier eine Korrektur sehen. Alle verfallen in Panik. Ja, wir gehen hier unten nochmal rein, konsolidieren und dann geht es hier oben wieder durch. Also, das behaltet mal auf jeden Fall im Auge. Dann schauen wir uns noch wichtige Informationen an und zwar, wie sieht es aus auf dem Tagesschart. Viele haben mich gefragt, ey Basti, wie lange geht denn eigentlich so ein Bullenmarkt immer? Und wenn man es sich anschaut, seit den letzten Halving hier zum Beispiel war der Bullenmarkt, Bullenmarkt Top 526 Tage. Das letzte Mal Halving 574 Tage. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir ungefähr wieder 500 bis 540 Tage reinkriegen, müsste der Bullenmarkt jetzt gehen bis knapp nächstes Jahr im September. was ganz gut zusammenpassen würde. Warum? Ganz einfach, weil wir da dann einfach wieder unser Sommerloch bekommen. Das bedeutet für uns nichts anderes. Im Moment stehen uns auf jeden Fall richtig spannende Monate bevor und deshalb solltet ihr definitiv immer ein Auge jetzt auf dem Bitcoin haben. Unser RSI auf dem Tagesschart ist auch leicht in den überkauften Bereich reingekommen, aber in einem Bullenmarkt und jetzt schauen wir uns das nämlich mal an. Das war nämlich jetzt hier unser Bullenmarkt. Letztes Jahr waren wir bei 89 Punkte bei unserem Tagesschart RSI. Aber wie ihr hier auch nochmal ganz gut sehen könnt, schaut euch das mal hier an. Auch da war es so, dass wir uns sehr, sehr lange hier aufgehalten haben im überkauften Bereich. Dann ging es wieder ein bisschen runter, wieder hoch, dann ging es nochmal runter, dann ging es nochmal in den überkauften Bereich. Also ihr seht, da erwarte ich auch hier relativ starke Bewegungen und auf unserem Tagesschart sieht das Ganze mit dem MACD auch weiterhin sehr, sehr gut aus und wenn man auf dem Wochenchart hier rumswitscht, das ist ja auch das, was ich immer wieder gesagt habe. Wir können jetzt davon ausgehen, dass wir sieben Wochen ungefähr jetzt hier gutes Momentum reinkriegen. Das hat zumindest immer wieder die Vergangenheit gezeigt, dass wenn wir das Bullische Cross of Teen Weekly haben, dass wir ein sehr, sehr Bullisches und sehr, sehr Bullische Wochen erst mal vor uns stehen. Jetzt sind wir in der vierten Woche, das heißt, die nächsten drei, vier Wochen gehe ich weiterhin davon aus, dass wir durchaus sehr, sehr Bullisch sein können und ihr seht es auch hier auf dem Wochenchart. Nächstes technisches Preisziel wäre die logarithmische Kurve hier oben bei 96.000 US-Dollar. Also Stand jetzt kurzfristig sehe ich Bitcoin erst mal die 80 und dann schauen wir, was bei der 80.000 Dollar passiert. Aber da werde ich dich natürlich hier auf diesem Kanal komplett up to date halten. In diesem Sinne soll es das für das Video gewesen sein. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Lass auf jeden Fall gerne mal einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr drüber freuen. Und ja, dann schauen wir einfach mal, was dann hier dementsprechend jetzt passiert. Auf den kleineren Zeiteinheiten ist auf jeden Fall das bekannt, worauf du heute achten solltest. Und ja, schau einfach, dass du wieder langsam, aber stetig in diesen Markt reinkommst und genau diese Volatilität einfach jetzt für dich nutzt. Und bevor ich das natürlich hier vergesse, eins noch dazu gesagt. Und zwar, das ist jetzt was ganz, ganz Wichtiges. Ihr seht, wir sind hier wieder in einem absoluten Long-Delta an der Stelle. Also was bedeutet das? Das bedeutet, wir sehen jetzt hier wieder ein Long-Delta von knapp 20 Milliarden Dollar. Liegt halt daran, dass wir jetzt hier richtig stark angestiegen sind. Und wir haben verdammt hochgehebelte Positionen drin. Mehr als 300 Millionen Dollar liegen ungefähr jetzt hier in einem Preisbereich. Ihr seht, zwischen 72.000 US-Dollar. Also hier, dieser Preisbereich wird für die Market Maker sehr, sehr spannend werden. Aber auch über uns baut sich wieder sehr groß was auch. Auch da haben wir Positionen, die mehr als 300 Millionen Dollar groß sind. Wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten, das ist immer sehr, sehr spannend, weil wir ganz genau sehen, wie hochgehebelt und wie hohe Positionen jetzt hier in diesem Markt und in dieser Grafik jetzt hier drin sind. Und wenn du sehr hochgehebelte Positionen hast, wie zum Beispiel diese 300 Millionen Dollar Positionen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man da dann nochmal hinläuft. Ja, als auch natürlich oben jetzt die Short-Positionen, die sie auch noch angelaufen werden können. Also behaltet den High-Block immer im Auge. Werden wir natürlich jedes Mal auch immer auf unseren Discord-Server einmal rein posten. Und wenn ihr natürlich auch diesen Indikator haben möchtet, bekommt ihr den komplett for free auf unserem Discord-Server. Ihr müsst euch nur einen Account bei Trade Mania machen und dann könnt ihr gleichzeitig auch noch bei der Competition teilnehmen. Also richtig cool. Und ihr findet den Indikator bei uns dann auf unserem Discord-Server und somit bei unserer Homepage. Wir sehen uns heute Abend um 19 Uhr beziehungsweise 18.30 Uhr direkt hier auf diesem Kanal. Ich freue mich drauf. Bis heute Abend. Dein Basti. Ciao, ciao.